Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Stellt euch vor, es ist Gamescom, aber niemand geht hin. Leider ist diese traurige Vorstellung Realität und zwar nicht nur im letzten Jahr, sondern auch in diesem Jahr. Die Gamescom ist aktuell keine Präsenzmesse mehr, sondern eine reine digitale Veranstaltung. Natürlich gibt man sich viel Mühe, man sendet viel, man streamt, man berichtet, Publisher halten vielleicht Informationen zurück, die sie dann in den kommenden Tagen rausgeben. Aber alle, die mal da gewesen sind, können das sicher bestätigen, es ist natürlich nicht dasselbe. Dennoch lasst uns ein bisschen Messe-Luft schnuppern, indem wir gemeinsam, so wie im letzten Jahr auch, uns die Opening Night Live anschauen. Das ist ein Stream-Event, eine zweistündige Show, die moderiert wird von Geoff Keighley. Da werden Spiele vorgestellt, die demnächst erscheinen werden. Sicher ein paar Neuankündigungen dabei, also von denen man noch nichts weiß, aber denke ich, viele auch, von denen man weiß, da wird ein neues Trailer-Material oder Gameplay gezeigt. Man sollte die Erwartung jetzt nicht zu hoch hängen, aber ich denke, es werden auf jeden Fall unterhaltsame zwei Stunden. Ein Kessel buntes erwarte ich. Den möchte ich mit euch gemeinsam anschauen, also im Livestream auf Twitch. Aber nicht nur mit euch, sondern gemeinsam mit Michael Witschorek von Heise Online. Mit ihm habe ich das im letzten Jahr schon zusammen gemacht und wir machen das dieses Jahr auch wieder. Michael, bekannt im Internet als Ava7, ist Games-Journalist, der auch noch eine ganze Menge andere Spiele kennt als ich. Ich glaube, wir ergänzen uns dabei auf wunderbare Art und Weise. Also Heise Online wird das mit Michael streamen und ich natürlich auf meinem Channel. Wir werden das quasi gemeinsam moderieren und ihr könnt euch entscheiden, wo ihr das schaut. Natürlich werden das viele, viele andere auch co-streamen, also die Auswahl ist groß. Aber vielleicht habt ihr Lust, bei uns mit dabei zu sein. Es gibt zwar eine Pre-Show, die beginnt schon 19.30 Uhr. Wir werden aber den Stream gegen 19.45 Uhr starten. Um 20 Uhr geht dann die eigentliche Opening Night Live los, zwei Stunden. Und danach quatschen wir vielleicht noch ein bisschen darüber, über das, was wir gesehen haben. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Abend. Vielleicht seid ihr dabei, Mittwoch ab 19.45 Uhr auf Twitch. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.